Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Migration. Sind wir am Limit? Eine neue Umfrage zeigt, noch nie waren die Menschen in der Bundesrepublik beim Thema Zuwanderung so skeptisch. Die ungeordnete Migration bringt viele Probleme mit sich. Ohne strengere Gesetze wird es nicht gehen. Doch schon auf der Ebene der Regierungen der Bundesländer, egal in welcher politischen Konstellation, und erst recht bei der Ampelkoalition im Bund, setzen die pädagogisierenden Beschwichtigungen ein. Man warnt so routiniert wie sorgenvoll vor Fremdenfeindlichkeit. Man prangert Islamfeindlichkeit an, statt sich mit dem politischen Islamismus auseinanderzusetzen. Man vermischt Asylrecht, Arbeitsmigration und Kriegsflucht. Man verweigert jede klare Aussage darüber, was von Menschen erwartet wird, die dauerhaft in Deutschland leben wollen. Um Missverständnissen, auch Böswilligen, vorzubeugen. In der deutschen Bevölkerung gibt es Rassisten und Fremdenfeinde, wie in vermutlich jedem Land der Welt. Gegen diese Leute müssen Demokraten wehrhaft sein. Aber die grundsätzliche Sorge darüber, was aus der deutschen Gesellschaft wird, wenn dem Schaffen nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist kein Rassismus. Der Wunsch, über das konkrete Wie-denn der Integration zu reden, ist kein Rassismus. Die Frage, bei welcher Zahl, Weltbank und Vereinte Nationen prognostizieren bis zum Jahr 2050 etwa 200 Millionen Armuts-, Klima- und Kriegsflüchtlinge, Die Grenze der Aufnahmefähigkeit eines Landes liegt, ist nicht rassistisch. Die Deutschen differenzieren sehr wohl zwischen den aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kindern, die aus einem ähnlichen Kulturkreis stammen und von ihrer soziodemografischen Zusammensetzung her den Vorstellungen von Flüchtlingen entsprechen. Und jungen Männern aus Afghanistan, Syrien, Libanon, dem Irak oder Eritrea, die in Deutschland ihr Glück suchen. Auch deren Hoffnungen sind nachvollziehbar. Und diejenigen von ihnen, die Fleiß, Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit an den Tag legen, haben häufig die meisten Schwierigkeiten mit einer deutschen Bürokratie, welche die Freundlichen schikaniert und vor den schweren Fällen kuscht. Von letzteren allerdings gibt es viele, wie die Kriminalstatistiken belegen. Die politische Exekutive, allen voran die Ampelregierung im Bund, wäre gut beraten, den Frust der Bürger ernst zu nehmen. Ohne eine Verschärfung des Asylrechts wird es nicht gehen, auch im Sinne aller Flüchtlinge, die schon im Land sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.